Der letzte Podcast im November 2020 von Gruppenhaus bringt uns mal wieder einige neue Häuser. Es freut mich, euch wieder die aktuellsten Neuzugänge vorstellen zu dürfen. Ich fange an mit dem Seminarhotel Eschirid. Das Seminarhotel in Eschirid bietet euch einen herrlichen Blick auf den Thunersee und die Berge des Berner Oberlands. Dank der diversen Seminarräume und der Seminarausstattung ist das Haus perfekt geeignet für Firmen und Seminardurchführende. Hotel Schwanen ist die nächste Vorstellung. Neu könnt ihr in einem Haus übernachten, in welchem bereits Napoleon übernachtet hat. Das Haus gibt es schon seit 1509. Ihr könnt dort euch selber verpflegen oder beim Frühstücksbuffet verwöhnen lassen. Die Nummer 3 der heutigen Vorstellungsreihe ist das Hotel Minster in Unterriberg. Es ist lediglich 3 Kilometer vom Skigebiet hoch übrig entfernt und hat sogar eine eigene Sauna und ein Hallenbad. Last but not least das Ferienhaus Heidi. Auch das ist nur wenige Kilometer vom Winter- und Schneeparadies hoch übrig entfernt. Im Sommer hat die Region ebenfalls tolle Aktivitäten zu bieten, wie Wandern, Biken, Gleitschirmfliegen und vieles mehr. Also schaut euch doch mal um für diesen Winter oder aber bereits für den nächsten Sommer. Rechtzeitig reservieren hat sich schon immer gelohnt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer André. Ciao, ciao.